Jeden heiligen Augenblick möchte ich mir geben ob du die Führung von dir möchte ich folgen gewiss bis deine Anleitung mir Frieden bringt und wenn ich ein Wort brauche das mir helfen soll wirst du es mir geben wenn ich einen Gedanken brauche wirst du mir auch diesen geben und wenn ich nur stille und einen ruhigen offenen Geist brauche sind das die Gaben die ich von dir empfangen werde du hast auf mein Bitten in die Führung immer jetzt du wirst mich hören und du wirst mir Antwort geben weil du für Gott meinen Vater und seinen heiligen Sohn für mich sprichst Dank Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben immer jetzt hast du immer die Führung ich bin bereit denn ich möchte dir folgen nur dir gewiss dass deine Anleitung mir den ewigen Frieden bringt nachdem ich mich so sehr gesehnt habe danke 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben, geliebter Vater, heiliger Vater. Hab du die Führung. Denn dir möchte ich folgen. Gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Dieser Kurs ist ein Beginn und kein Ende. Dein Freund, groß geschrieben, geht mit dir. Du bist nicht allein. Niemand, der ihn anruft. Kann vergeblich rufen. Was immer dich plagt, du kannst sicher sein. Dass er die Antwort hat und sie dir freudig geben wird. Wenn du dich einfach an ihn wendest und sie von ihm erbittest. Er wird dir keine einzige Antwort vorenthalten, die du für irgendetwas brauchst, was dich zu klagen scheint. Er kennt den Weg, um alle Probleme zu lösen und alle Zweifel aufzulösen. Seine Gewissheit ist die deiner. Du brauchst sie nur von ihm zu erbitten und sie wird dir gegeben. Du wirst ebenso sicher heimgelangen, wie der Lauf der Sonne festgelegt ist, bevor sie aufgeht. Nach ihrem Untergang und in den Dämmerstunden, die dazwischen liegen. Für wahr, dein Pfad ist noch gewisser. Denn es kann nicht möglich sein, den Kurs derjenigen zu verändern, die Gott zu sich gerufen hat. Gehorche daher deinem Willen und folge ihm, den du als deine Stimme akzeptiert hast. Um von dem zu sprechen, was du wirklich willst und wirklich brauchst. Im Sinne des Vaters. Sein ist die Stimme für Gott und auch dein. Sein. Und also spricht er von der Freiheit und der Wahrheit. Keine konkreten Lektionen werden nunmehr zugewiesen, weil keine mehr benötigt werden. Von nun an höre nur die Stimme für Gott und für dein Selbst großgeschrieben. Wenn du dich von der Welt zurückziehst und statt ihrer die Wirklichkeit zu suchen. Er wird deine Bemühung lenken, indem er dir genau sagt, was du tun sollst, wie du deinen Geist lenken. Und wann du in Schweigen zu ihm kommen sollst, um ihn, um seine sichere Leitung und sein sicheres Wort zu bitten. Sein ist das Wort, das Gott dir gab. Sein ist das Wort, das du zu deinem eigenen wähltest. Jesu Worte. Er spricht. Und jetzt befehle ich dich in seine Hände. In Gottes Hände. Jetzt befehle ich deinen Geist in seine Hände. Weil du nur Geist bist. Damit du treu ihm nachfolgst und er dich führen möge durch jede Schwierigkeit und jeden Schmerz hindurch, den du für wirklich halten magst. Er wird dir keine Freuden geben, die vergehen, denn er gibt einzig das, was ewig und was gut ist. Lass ihn dich weiter vorbereiten. Er hat dein Vertrauen verdient, indem er täglich zu dir spricht, von deinem Vater, deinem Bruder und von deinem Selbst. Er wird so weitermachen. Nun gehst du mit ihm, ebenso gewiss wie er, wohin du gehst. Sicher wie er, wie du vorgehen sollst. Und ebenso zuversichtlich, wie er hinsichtlich des Ziels und deiner sicheren Ankunft am Ende. Das Ende ist gewiss und ebenso sind es die Mittel. Dazu sagen wir Amen. Dir wird ein jedes Mal, wenn eine Wahl zu treffen ist, genau gesagt werden, was Gott für dich will. Das frage dich, was ist Gottes Wille für mich in dieser oder in dieser Situation. Und der Heilige Geist wird für Gott antworten. Er ist dir hier gegeben, um genau zu hören. Er ist das Mittel für Gott, so wie du es bist. Und er wird für Gott und für dein Selbst sprechen und der Gestalt sicherstellen, dass die Hölle keinen Anspruch auf dich gelten machen wird. Und dass jede Wahl, die du triffst, dir den Himmel näher rückt. Denn der Himmel ist in dir, in deinem mächtigen Heiligen Geist, in Gott selbst. Das ist das Paradies. Losgelöst von dieser Welt. So gehen wir von diesem Zeitpunkt an mit ihm und wenden uns an ihm. Um Führung und um Frieden und um sichere Weisung. Freude begleitet uns auf unserem Weg. Freude begleitet uns auf unserem Weg. Wir vertrauen ihm unsere Wege an und sagen Amen. So sei es, so ist es. In Frieden werden wir auf seinem Weg weitergehen und ihm alle Dinge anvertrauen. In Zuversicht erwarten wir seine Antworten, während wir in allem, was wir tun, nach seinem Willen fragen. Vater, Gott, was ist dein Wille für mich? Er liebt Gottes Sohn so, wie wir ihn lieben möchten. Und er lehrt uns, wie wir ihn mit seinen Augen sehen, mit Augen der Liebe, der Gewissheit. Mit seinen Augen sehen und ihn so wie er lieben können. Du gehst nicht allein. Du gehst nicht allein. Die Engel Gottes schweben in der Nähe und überall. Du selbst bist der Engel Gottes. Gekommen, um Gottes frohe Botschaft zu bringen. Und wir sind wie die Hirten. Mögen wir uns nicht fürchten. Mögen wir uns nicht fürchten. Die Engel Gottes schweben in der Nähe und überall. Seine Liebe umgibt dich und dessen sei gewiss, dass ich dich niemals ungetröstet gelassen werde. Und wir sind nicht fürchten. 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 Dieser Kurs ist ein Beginn und kein Ende. Vater, diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen, gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Amen. 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 Danke, 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 Vater, danke Gott, danke, heiliger Geist, danke jedem Bruder, danke, 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 danke Jesus, danke dem Christus in dir, danke dir selbst für das, was du zu geben und was du empfangen hast. Sei so froh über dein Lernen und Verlernen. Für die Klärung deines Geistes, damit all die scheinbaren Illusionen, diese Ignoranz und Arroganz vergehen mögen. Ich will die Rolle des Abstandshalters nicht mehr spielen. Ich will mich nicht weiter selbst verletzen. In meiner Wehrlosigkeit, in meiner Kapitulation liegt meine Sicherheit. So sanft und mächtig. Möge ich zurücktreten Von meiner kleinen Welt und mich öffnen für die wahre, wirkliche Welt in Gott, dem darüber hinausschauen. Diesen heiligen Augenblick, der eine Blick der Liebe, der sich ausdehnt. Ausdehnend und ausdehnend, weil wir nur Ausdehnung sind. Eines Geistes, eins gesinnt. Einer ewiger, ruhiger Geist. Also gehen wir hin in Frieden, in Ruhe, in Gelassenheit und Gewissheit. In einfacher Freude. Natürliche Unschuld. Also danke, danke, liebender Bruder, für deine ewige Liebe zu mir, zu deinem Vater, zu allem und allem. Danke, liebender Bruder. Vielen Dank. Danke, junge Frau. inch Und wir sagen Amen. Amen.